In unseren Räumlichkeiten wird entspannt gearbeitet, präsentiert, gefeiert und genetzwerkt. Wir sind das Business Center Ulm und bieten Räumlichkeiten und Arbeitsplatzlösungen an für jedes Unternehmen. Herzlich Willkommen hier im Business Center Ulm. Hier können Sie mit Ihrem Unternehmen entspannt erfolgreich durchstarten. Unsere Räume sind nach Feng Shui geplant, ausgebaut, gestaltet sowie modern, zeitgemäß und voll ausgestattet. Das bringt Ihnen ein entspanntes, erfolgreiches Arbeiten in einer außergewöhnlichen Wohlfühlatmosphäre. Mit unserem Back-Office-Service halten wir Ihnen auf Wunsch den Rücken frei und kümmern uns um Ihr Tagesgeschäft. Bei uns wird Flexibilität großgeschrieben. Ob befristet oder dauerhaft, auf Stunden oder tagesweise. Mieten Sie Ihre Geschäftsräume im Business Center Ulm ganz einfach bei Bedarf. Die richtigen Räumlichkeiten sowie die Atmosphäre sind oft entscheidend, wie gut ein Unternehmen performt. Unsere Büros, Tages- und Seminarräume bieten Ihnen eine energiereiche, helle und freundliche Atmosphäre für ein gutes, entspanntes Arbeitsklima. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft. Wir organisieren Ihren Büroalltag. Unser Team ist jung, dynamisch und professionell geschult und unterstützt Sie täglich bei Ihrer Büroarbeit. Ob Telefonservice, Telefonakquise, Terminierungen oder Sekretariats- und Assistenzarbeiten. Nicht vor Ort und doch präsent. Wir geben Ihrem Unternehmen das perfekte Image. Bei uns können Sie ein virtuelles Büro anmieten und die Adresse des Business Center Ulm als Ihren ladungsfähigen Firmensitz angeben. Präsentieren Sie sich Ihren Kunden bestmöglich und punkten Sie gleich beim ersten Eindruck mit einem professionellen Standort und mit Ihrem Firmenschild am Eingang. Mit uns haben Sie den perfekten Standort mit einer professionellen Außenwirkung für Ihr Unternehmen. Das Business Center Ulm ist Ihr starker Partner im Arbeitsalltag. Mit uns sind Sie entspannt erfolgreich.